Hallihallo, Hallöchen, zurück im Wald bei uns in der Basis mit Kate and the Games, mit Azaris und mit mir, dem X-Plankton 51X. Wir haben in der letzten Folge die moderne Axt gefunden und nun ja, was heißt gefunden? Wir hatten die schon zuvor gefunden, aber wir hatten uns jetzt in der letzten Folge die moderne Axt wieder geholt. Nach einer kleinen Panne. Ja, aufgrund einer kleinen Panne. Kleine größere Panne, ja gesagt. Ich war jetzt baden. So Leute, was steht für heute an? Und außerhalb der Folge habt ihr schon das Ding fertig gebaut. Ach, wie cool. Guck mal, genau, wir haben hier für ein bisschen Holz gesorgt. Also ich würde sagen, das lassen wir so lange stehen, bis wir es wirklich brauchen. Ansonsten holen wir es uns immer aus dem Wald. Aus meinem Bogenschützen rausguck. Ja, genau. Und da, auf der anderen Seite stehen unsere Wegen. Hast du, hast du noch, und hast du auch, äh, Holder für die Steine? Äh, nee, das muss ich noch irgendwo hinbauen. Und vielleicht baue ich da noch daneben nochmal so eine Palette. Ja, weil, weil. Oder vielleicht unter die Treppe oder hier hin. Müssen wir mal gucken. Was machen wir denn heute? Es ist Tag. Es ist hell. Ich bin auf Vogelsuche. Ich suche, ich suche, ich suche Vögel. Und ich habe schon zwei in der Basis gefunden. Können wir was weiterbauen? Boah, hier wachsen ja Bäume. Sag mal, der Hammer. Boah, hier wachsen ganz viele Bäume, Leute. Hier wird ja wieder ein richtiger Wald draus. Ich bin voll stolz. Schön. Ich bin der weiße Hai. Ey, wie habt ihr den Baum hier weggekriegt? Ach ja, stimmt. Den habe ich abgekloppt. Und dann ist der da rausgefallen. Und dann habe ich das still und heimlich wieder alles aufgebaut. Wir brauchen jetzt draußen noch Schluckis. Oh, wie schön hast du das gemacht. Ach, deswegen ist auch das Beet weg. Äh, genau. Habe ich jetzt gerade eben gesehen. Wenn ich auf die Treppe hin musste. Als Sache, das wollte ich ein Pavillon. Ähm, wird es dunkel oder wird es hell? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es wird hell, oder? Theoretisch. Ich würde es auch in den Seilen machen können. Hey, hier vorne liegt ein Basic Fire. Also, nee, ist das ein Basic Fire? Da draußen? Ja. Das ist zum Verbrennen, wenn irgendwelche Leichen kommen. Haben wir doch letztes Mal errichtet. Ach so, das, äh, das, ihr, 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 ihr kennt mich doch. Ich vergesse doch Sachen. Hä, ich weiß jetzt gerade echt nicht. Wird es hell oder wird es dunkel? Wie ich so dunkel? Wenigstens bleiben die Vögel sitzen. Okay, dann, ähm, essen wir hier mal auf. Oh, geil, Federn. Wenn es dunkel wird, dann, ähm, sollten wir mal... Hä, wo ist denn der Vogel jetzt hin? Wo ist der Vogel hin? Alter. Vogel ist weg. So Mist. Wie, ich brauche jetzt mal so ein paar Effigies hier hin. Ach, das kriege ich eh nicht. Oh, ist doch dunkel. Genau, baue Effigies, ja. So, trotzdem mal den Kassettenrekorder. So, ähm... Große, oder? Geeks! Vor die Steinmauer oder hinter die Steinmauer? Vielleicht kriege ich es ja doch. Vor die Steinmauer. Wenn es sich immer so anschleicht, dann kriege ich vielleicht auch das Reh. Geeks! Ich weiß gerade auch nicht, war das dunkel oder hält. Oh, hier ist der Tag der offenen Tür, Leute. Ja. Echt? Es wird dunkel. Ach, wie schön. Extra heute. Ich hoffe, es kommen viele Besucher vorbei. Vor allem, äh, am besten noch mit sechs Beinen und, äh, mit etwas mehr Umfang. Natürlich. Meinst du diese Besucher? Ja, ich brauche sieben Arme, beziehungsweise vierzehn Arme. Vierzehn Arme? Die meisten hängen davon auf dem Fleischding. Habe ich irgendwas davon? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, es wird dunkel. Jo. Oh, Loch, 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 Loch. Was ist ein Loch? Oh, ich sehe gar nichts. Seid ihr alle drin? Ja. Nein. Also ihr kennt mich doch. Hallo? Loch? Loch? Hallo? Hey, Licht an! Loch? Ey, mein Loch ist weg. So, machen wir ja mal weiter. Mit Bebauung. Hallo. Oh, nee, wir haben jetzt gerade hell. Was ist denn da los? Stehe ich direkt im Feuer oder was? Nein, nein. Jetzt, ich habe es nur angefeuert und ein bisschen Blätter reingeworfen. Ich dachte, ich stehe hier direkt im Feuer. Kling. So, was sagt Pavillon? Aussehungspunkt? Das ist fertig, da kannst du mal hoch. Kannst mal ein bisschen chillen da oben. Ich meine, ich habe schon mal, ob ich irgendwas sehe, aber ich sehe gar nichts, weil schwarz. So. Ich habe schon mal Pfeile. Ach, ich brauche ja noch eigenartige Hintergrundgeräusche. Nein, die brauche ich nicht. Aber ich brauche ja noch, ähm, ähm, was brauche ich denn? Alkohol. Steine. Wenn ich, wenn ich mit euch spiele, da brauche ich immer Alkohol. Ich weiß nicht. Wie freundlich du doch heute wieder bist. Ja, immer. Haben wir noch Platz auf unserem Hold'em hier? Ja. So, ich sammle mal in meinen Beutel Beeren. In meinen Beerenbeutel. Oh stimmt, ich habe einen Beerenbeutel. Oh, das wäre eine volle geile Idee gewesen. Jetzt ist bestimmt alles weg. Wenn wir, ja wir müssen sowieso morgen mal so ein bisschen, äh, Sachen aufsammeln. Und dann sollten wir vielleicht auch, ähm, Kannibalen suchen und die töten. Damit... Hatten wir nicht auch noch einen Pinsel? Den haben wir doch verloren. Ja, aber da unten, wo es die Axt gab, gab es doch auch den Pinsel. Wo ist denn der Pinsel? Stimmt. Also ich habe ihn eingesammelt. Ich habe ihn auch eingesammelt. Ich weiß noch nicht, wo er sich befindet. Ich sehe den auch gerade nicht. Was sind der Pinsel? Nee, hier ist nix. Pfeile, Federn. Oh, ich habe sich Federn, ich könnte Pfeile machen. Äh, hier ist ein Vogel, der ist ein bisschen behindert. Na guck mal, der dreht hier nur im Kreis rum. Was ist mit dem los? Wirklich hin. Oh, ich habe blaue Farbe. Geil. Moment. Das blaue Farbe? Ach, ist die so die Dinger zerquetscht, oder? Ja. Guck mal, ich bin der Einzige mit einer blauen Axt. Ich höre was, aber ich glaube, das ist eine Rehe. Huch, hier ist das so ein Ding. Leute, Leute, guck mal. Ey, ey, guck mal weg. Wo bist denn du, blaue Axt? Hier. Hä? Wo ist die blaue? Die ist auch angst. Was ist die? Dann ist die auch nicht blau. Huch, warum ist die jetzt wieder orange? Vielleicht war ich im Wasser. Aber wie ist es mit? Hä? Auf der einen Seite ist die orange, auf der anderen blau. Da draußen steht einer. Plankton, feuer frei. Warte mal, ich muss erst mal meine Axt blau kriegen. Da ist jemand, wir müssen die töten. Da ist jemand, der kann Feuer schmeißen. Plankton? Ich check's nicht. Ich hab kein Feuer, ich hab keine Pfeile. Was ist gut denn, Kay? Hier oben. Oh, ich hab Pfeile, warte. Dann kommt. Entschuldige Club. Wo ist er? Komm, 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 hier. Siehst du den da mit dem Zeug in der Hand? Den Zeug mir zuerst. Ich weiß nicht, ob ich... Falsch, nein. Ah. Ah, fuck. Ich mach hier mal ein paar Monos. Zack. Oh, ich weiß nicht, ob ich die treffe. Treffer. Warte, 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 jetzt beim Bestehen, man, du doobes Ding. Achtung, geht da weg. Geht da weg. Ich hab grad... Ich bin grad in meinem Rucksack, also wenn ich jetzt da sterbe... Wir müssen aufhören, uns gegenseitig anzuzünden, sonst sterben wir wieder. Geil. Boah, ich kann gar nicht schießen, ohne. Oh, fuck. Ich bin angestößt. So, wo sind sie denn? Da vorne. Ah, daneben. Nein, ich hab getroffen. Sehr gut. Nein, fuck, ich bin... Oh. Au, du Pisser, du hässlicher. Aua. Geh weg. Ich schieße viel zu hoch, glaub ich. Muss er denn jetzt? Ach, da unten. Ja, ich schieße einfach viel zu hoch. Ah, du bist doch ein Ficker. Junge. Was ist denn mit dem los? Der macht unser ganzes Haus kaputt. Alter. Alter. Oh, ich hab gar keine Pfeile mehr. Lauf doch mal in die Falle, kleines Ding. Ach, getroffen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Meine Pfeile sind dann gleich weg, weißt? Meine sind schon alle. Wir müssen den, den da töten. Jawohl, lieber doch so. Oh, die brennen. Ha. Friss. Friss. Der ist tot. Friss, Pfeil, du Arsch. Ey, bleib mal stehen. So kann ich doch nicht schießen, Mann. Der andere rennt direkt ins Loch. Ja, tschüss. Der da unten ist tot. Den müssen wir auseinandernehmen, damit wir die Effigies hier machen können. Oh, ich will meine Pfeile wieder haben. Plankton, ich rette dich nicht. Okay. Damit kann ich leben. Guck mal, der hat Arme. Alter, aber er hat jetzt das Zeug geworfen. Ja, ich, von hier oben. Oh. Und dann sagt sie, ich rette dich nicht. Wirft auf mich hier Molokow-Cocktail. Ich hab nicht auf dich geschmissen. Asache, es ist genauso lebensmüde. Du hast eiskalt auf mich geworfen. Ja, ich bin lebensmüde, ist mir jetzt egal. Ich hab nämlich krack gesehen, dass da... Fuck. So, ich guck mal von hier oben. 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 Guck mal von hier oben, da. Oh, Pfeile, oh, Pfeile. Gebt meine Pfeile. Weg, meine Pfeile. Meins. Geht, mach das Tor auf, ich bringe ihn rein. Mach das Tor auf. Mach das Tor auf, bitte. Achso, ich könnte es auch so machen. Oh, Pfeile. Wo ist denn der andere hin? Der ist direkt ins Loch gerannt. Oh, Mensch, verschwindig. Komm mal her, du kleiner Hübscher. Wir brauchen aber Arme. Der hat doch genug Arme oben drauf, wenn es hilft. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ähm, naja, für hier, für hier vorne die Dinger. Wo sind die denn? Oh, die habe ich da. Wie geht die denn? Eingehörter, glaube ich. Ach, mehr geht denn nicht her, oder wie? Ist ja scheiße. Nee, nur zwei Arme und zwei Beine. Kacke. Attacke. Huh, so, bis jetzt. Ah, zacke, ich brauche wieder den Kassettenrekorder. Ach, scheiße, ich habe keine Arme. Sagst, hast du die Arme? Ja, wegen der Ausdauer. Arm. Okay, dann, 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 dann. Und noch ein Arm. Ich habe irgendwie alle meine Pfeile verloren. Wo sind die eigentlich hin? Ich habe meine fünf Wetter eingesammelt. Geil. Ich hatte zehn. Schwupps. Ja, einige verschießt man und einige bleiben in den Kannibalen stecken. Feine Läufe. Leute, Leute, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Was denn? Oh, guck mal hier. Da war er schon. Ich hatte das falsche Ding ausgerüstet. In die Fresse. Hä? Uh, da war er. Was? Achso, hallo. Geil. Hallo. Hallo. Das macht voll Spaß. Au. Tch, 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 tch. Er zündet mich an und... Ja, ja. So, einmal du. Und einmal du. So. Die eine zündet mich an und die andere hier... Ich habe genug gekriegt von dem... Schlägt mich. Hier hinten ist noch ein großes Effekt. Ich fühle mich hier... Ich habe hier noch ein großes gebaut. So, ich tu mir die ganzen Knochen tu ich hier mal rein, weil wir brauchen ja jetzt eh noch keine Rüstung oder eh keine Rüstung, weil ich sterbe eh gleich. Aber das liegt nicht an den Kannibalen, um das zu erwähnen. Dann nimm bitte Medikamente. Wir müssen sowieso mal gucken, ähm... Ich kann den Tü nicht schließen. Warum kann ich den Tü nicht schließen? Ah, jetzt. Halt, halt. Halt. Oh, okay. Gern geschehen. Hat jemand... Ach so, Stickies haben wir ja noch. So. Ach, da kann ich ein Lurich hinhängen. Lurich, Lurich. Knochen. Oh Gott. Scheiße. Ja? Hä? Der ganze Boden wackelt. Ich kann das doch nicht aufhängen. Ich muss das verbrennen. Vor allem verbrennen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dig nos voraus. Oh Gott, Dig nos voraus. Wurde. Scheiße. Oh fuck. Warte, warte, warte. Wurdeen. Ich möchte ihn auch mal Hallo sagen. Oh fuck. Oh Gott. Oh Scheiße. Was hab ich denn hier? Monat auf. Oh Gott. Und Muschiglass auch noch, oder was? Nee, hopp, bitte. Also jetzt ist es mal dann irgendwann genug. Ja. Ich kann nicht so mit werfen, der muss näher kommen. Nee, nee, dann lass ihn mal weg. Alter, du Elefant. Oha. Oha, da kommt er ab und gedobst. Hä? Ey, das sind ja zwei. Die Axt verliert immer ab und zu ihre Farbe. Ich check das nicht. Die ist bei mir blau, aber... Alter, war... Alter, ist der bei uns drin? Oh. Nein. Der hat mich eben voll runtergeschmissen von oben. Alter. Ey, war denn das jetzt? Ich check's nicht. Oh, Leute. Wir brauchen irgendwie, äh... Feuer? Tot? Tot? Nee. Nein. Oh Gott, Alter. Ich sag nicht, was ich da mach. Ich weiß nicht, alles klar. Du bist aber mutig. Wie gesagt, ich renn nicht raus. Na du lebensmüdes Arschloch. Ich hab halt auch keine Monotauce mehr, aber wir müssen unbedingt morgen sammeln. Sobald's hell ist. Ui, da kommt's von hinten. Scheiße. Ich möchte gerne den Specky hier... ...anpeksen. Ui, da war das Feuer alle. Moment, ich muss noch mal ganz kurz rein, Leute. Ich hab die gepusht. So. Zack. Stirb, stirb, stirb. Specky, geh raus zum Sterben. Alter. Alter. Du fette Sau. Jetzt verschwindet doch mal hier. Das ist so ein Hüpffloh hier. Oh Gott. Alter, damit alles ist kaputt. Hä? Hä? Woh? Wo ist sie hin? Tot. Hey, wo ist sie hin? Hey, wo ist sie hin? Alle weg. Hä, hast du das... Hast du das eingestellt, dass über den Tag keine Kannibalen kommen? Ne, eigentlich hab ich sie normal angemacht. Ja, eigentlich. Hä? Ja gut, dann. Wax, okay, los geht's. Alpha. Okay, nice. Oh! Ich hab die Tür gerade gar nicht öffnen hören. Ich hab sie aufgemacht, ich hab's gehört. Ah, jetzt. So, wo gibt's was zum Reparieren? Äh, ja. Ich glaub, Mopsi hat hier... Wie habt ihr den Hammer gemacht? Mit was? Äh, zwei Stickies, ein Stein, zwei Clothes oder so ähnlich. Und ganz viel Treceps. Ganz viel Treceps. Hat er da jetzt was kaputt gemacht? Okay. Let's... Let's... Jetzt hab ich natürlich keine Clothes. Ach, ich krieg ne Macke. Er hat irgendwo dagegen gebrückt. Oh, fuck, ich verhunger ja gleich. Oh, ich sollte vielleicht auch mal was essen. Da kann schon viel... Hoch. Gibt es irgendwo ein Totem? Dort vorne. Äh, sollen wir dann mal uns ausrüsten, dass wir mal wieder ein paar Sachen holen? Ja, ich würde allgemein mal große Erkundungstufe machen. Medikamente und so. Äh, ich komm hier nicht raus. Oh mein Gott, ich konnte das Steine. Flugzeug. Geh mal zum Flugzeug. Ja, aber ich muss erst Wasser auffüllen. Oh, Kaninchen. Hab Kaninchen. Habt ihr alle gegessen und euer Wasser aufgefüllt? Ja und... Nein. Hey, warum sind die Kaninchen fallen kaputt? Welche Kaninchen fallen? Ich war's nicht. Die Ständliche waren kaputt. Okay, los, dann... Äh, warte mal, was haben wir denn jetzt? Ich hab eigentlich so gut wie... Warte mal, alles was ich jetzt noch hab, das packe ich hier alles rein. Reset war's noch. Oh, ich hab ja nichts mehr. Soll. Nochmal close. Oh, nice repair tool. Okay, wir können losgehen. So, ich mach zu, es geht los. Rechts, links, Flugzeug, ne? Flugzeug. Flugzeug? Äh, Leute, ich muss noch Sachen mitnehmen. Achso, dann mach doch mal. Höh, äh, ist ja nur ein Reh. Oh Gott, ich bin so paranoid. Cool. Ey, Reh, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Das hat voll gekonntes Reh eben. Ja, die Reh haben eh so ein Geräusch. Wo ich auch mir denkst, hm. Die schampfen ja auch auf wie Elefanten. Ich hab, wir haben da einfach die Geräusche der Mutanten genommen, ein bisschen abgeschwächt und dann sag, oh ja, ist ein Reh. Oh ja, ist ein Reh. Das klingt doch genauso wie ein Reh. Oh, wo ist es hin? Oh Gott, so schnell. Ja, ich hab irgendwas Verkommeltes gegessen. Gut, möglich. Oh, Loch. Oh, war weg. Hab ich das weg gesehen. Okay. Wo bleibt ihr denn? Ich bin im Flugzeug. Ach, ach, du bist hinten. Blankton kann ja einfach nachkommen. Das ist ja gleich direkt. Die können auch einfach nicht warten. Das ist ja direkt hinter unserer Base. Wieso, was wüsst du denn, Blankton? Ich hab auf dich gewartet. Ich wär aber sowieso jetzt mal Inventar voll machen und dann, äh, Steine. Und dann nochmal so... Kein ruhig. Oh, falsches, falsches Tool. Ich repariere gerade den ruhig. Na geil. Piks. Oh, ich hab den Wahn ins Wasser geschmissen und das macht Quack-Quack. Cool. Ich hoffe, ich hab alles dabei. Ich habe zu trinken. Ich habe zu essen. Ich habe Medis. Und eine, äh, eine Soda und ein, äh, erstes Ding eigentlich, Snack. Ha, hier oben flogst du mir auch wieder voll. Ess ich mich hier mal magenvoll. Und ich könnte mal mein Feuerzeug wegpacken. Ich renne die ganze Zeit noch mit dem Feuerzeug rum. Ich find's, ich find's ehrlich gesagt doof, dass man, ähm, die Bälle nicht einfach mitnehmen kann. Ja. Sonst hätten wir nämlich Feuerbälle. Und zündest dich aber selber an. Da muss es doch irgendeine Idee geben, oder? Dass man die Bälle, äh, äh, zerschießen. Dass man die Bälle schießen kann, obwohl man... Vielleicht noch gehen ins Flugzeug, die Sachen müssen wieder neu gespawren. Nice. Ich bin aber noch hier am Koffern. Ich geh jetzt eh mal abladen. Hallo. Dann wir sind gleich wieder fertig. Dann lade ich ab und dann starten wir in der nächsten Folge mit einem Erkundungstour. Ja, genau. Oh, ja, äh, ich denn... Doch, ich muss eigentlich nicht abladen. Doch, ich müsste Medikamente abladen. Ja, weil das ist nämlich wichtig. Ja. Dass wir dann gleich wieder volle fünf mitnehmen können. Was? Oh, Alkohol. Endlich gibt's Alkohol. Ich hab auch gerade viel gekriegt. Eichhörnchen! Ich hab's nicht erwischt. Und sodas. Ach, wie schön. Oh, ich hab auch fünf Fläschchen Alkohol. Gieß du, das war fleißig. Die lass ich aber zu Hause. Dann kann ich nämlich wieder neue mitnehmen. Alter, ich hab 463 Tresep. Ich hab 545. Aber hab eine Menge für Farbe und das Repair-Tool ausgegeben. Ich glaub, ich war bei 600 oder irgend sowas. Ich hab 1544 Blätter. Wow. So kann ich hier Stickies reinbauen. Stickies! Ja, kann ich. Ich glaub, ich hab mein Momental nicht wieder gut ausgeleert. Eine Medizin hab ich noch, drei Sodas. Bin ich hübsch? Du siehst aus wie ein Bush-Mensch. Ich hab mir hier komischen Blättern immer. Hey, hallo. Erstmal waschen und der Scheiß. Ja, wir sind übrigens schon wieder am Ende der Folge angekommen. Genau. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.